hallo und glück auf noch mal schnell ein kurzes video ich lege gerade noch mal einigen völkern futterdeig auf vorsichtshalber es soll noch mal kalt werden es kommt keine tracht rein die völker sind in brut gegangen ihr futterdeig liegt schon bereit wird jetzt schnell gemacht und ja ich wollte euch nur darauf hinweisen noch mal so ein kleiner hinweis jetzt steigt der verbrauch achtet aufs futter und wenn ihr euch unsicher seid legt lieber ein bisschen teig auf oder hängt futterwapen dazu futter ist jetzt absolut wichtig für die ladies ja das war es auch schon ich mache jetzt weiter ich werde diesen volk auflegen und dann hier daneben die völker dem volk hier daneben werde ich auch noch futterdeig geben und auch noch der b282 ja das war es auch schon ich mache jetzt weiter meine mädel sind viel futter haben lieber man hat als man hätte in diesem punkt lieber sie haben ein bisschen mehr na dann ciao bis bald